So Leute, ich wollte noch irgendwas ganz wichtiges. Ja stimmt, Werbung, ich muss Werbung machen, ganz wichtig. Im Sommer ist es wieder so weit, Johannes Hilsters geht wieder auf Tournee. Das Programm heißt Körperwelten. Ein Querschnitt meines Lehens. Aber ich möchte mich hier nicht lustig machen über Herrn Hilsters, weil Herr Hilsters hat ja nicht nur den Ersten und den Zweiten Weltkrieg miterlebt, sondern auch den Urknall. Peng, Erster. Ja. 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 Vielen Dank.